so meine damen und herren für meine jungs da draußen die jetzt zusammen mit anderen ein fußballturnier gestalten habe ich mir überlegt ich mache für euch ein kleines aber cooles liedchen es gibt folgendermaßen meine jungs meine jungs vom fußballverein hey die haben für mich alle hier nicht zum schein ihre trikots zum unterschriften dann gegeben hier weil sie wollen alle nur das eine jetzt dann hier bei diesem turnier einmal gewinnen dann bei diesem turnier für mich dann auch und zu ehren hey spielen sie für mich dieses turnier dann hier einmal auch und wenn sie dann immer wieder dann gewinnen und schießen ihre tore dann denken sie immer wieder an mich daran denn sie wissen ich bin für sie da turniere gehen und werden vergessen doch dieses turnier bleibt bestehen in einem video von mir für euch alle da draußen hey leute ihr werdet es so richtig sehen in diesem turnier spielt ihr für mich jetzt dann und ich drücke euch jetzt beide daumen dann euer peter aus oberfranken für euch toi 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 sagen peter und anja